Kurioses Aufeinandertreffen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ungläubiger, beinahe fassungslos, bestaunen die beiden Maasai, die Riesenmaschine. Entrance am Boseli National Park, hier bleibt die Maschine jetzt zwei Tage stehen. Alle größeren Tiere Afrikas sind in diesem Nationalpark zu finden. Am Boseli, ein weiteres Maasai-Stammesreservat, am Fuße des Kilimanjaro. Man sollte natürlich berücksichtigen bei diesen Aufnahmen, dass es damals noch keinen Zoom gab und noch keinen Image-Stabilizer, um die Bilder vollkommen ruhig zu halten. Amen.